DinoRiders, jetzt brandneu. Die Welt der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Mit Tyrannosaurus Rex und riesig Diplodocus und Deinonychus. Das ist Questa, der Führer der Valorianer. Und das ist Krulos, der Führer der Rulonier. Sie leben mit den Dinosauriern auf unserer Erde vor 65 Millionen Jahren. Ein wahres Abenteuer. DinoRiders, neu von SISO, denn SISO hat Pfiff. Untertitelung des ZDF, 2020